ja eine fängt jetzt auch hier an jeden tag sport zu machen man schon wieder so nahe kommen wir machen wir machen ja auch da müssen wir über ein gefängnis ist oben den turm oder kann ich machen wir sind alleine dass der ernst wo ist denn die kiste ich höre sie ach da guck dir das an da ist eine pitja da pass auf guck erst mal ob das dynamit dran ist ist in der warte braucht guck mal hier rechts im kreuzchen wow hier ist mal nichts drin die wälder sind scheiße hier weißt du was wir da machen ich bleib hier guck 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 du bist du bist du bist wir müssen doch gott das ist ja ernst hast du irgendwie medikit oder bandagen oder laufen so zwei stück zwei stück also da vorne im haus bei 330 sind wir reingegangen sollen wir raschen rechts im haus sind die da im grünen unten reingegangen da ist auch noch einer jawohl hol mich hol mich hol mich hol mich die haben raketenwerfer hatte ruhig dass nur keiner kommt ein bisschen schild trank hast du den genommen oder ja komm komm mal hierher ich war dafür ich muss gerade nur hier vor uns direkt vor uns direkt geben wir beim haus zwei leute ein habe ich der hat einfach hart gelitten ja der ist da im haus drinnen hat sich eingebaut nein ok der ist tot ich muss schon in die zu ja komm 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 ich bin drinnen holt ihr die ska hier liegt die ska ja ich wollte das maschinengewehr da liegt auch die ska also die hast du die geholt er hat das maschinengewehr nicht da kommt er da kommt er da kommt er weg von der tür geh weg von der tür fach ich bin tot man hört das war richtig gut das war richtig gut